Meine Damen und Herren, gemäß Artikel 18 unserer Vereinsatzung wurden im abgelaufenen Wirtschaftsjahr mehrfach unangemeldete Prüfungen des Belegwesens durchgeführt. Im Bereich Hauptverein wurden die Kassen als auch die Bankbelege stichprobenweise überprüft. Die Buchungsbelege der Amateurabteilungen wurden von uns einer intensiven Prüfung unterzogen. Im Pfähnartikelbereich haben wir die per 31.12.2011 und 30.06.2012 aufgenommenen Warenbestände stichprobenweise kontrolliert. Hauptlage am Platz 4, Fanshop am Stiftsplatz und der Fanshop Südrückwürde. Die Debitorenliste des Hauptvereines und der MCG Gastronomie GmbH wurden intensiver geprüft, weil die sich daraus ergebenden Konsequenzen bezüglich der Liquidität des Flugs von zentraler Bedeutung sind. Das Gremium nimmt die Prüfungen und die Untersuchungen einzelner Bereiche nach dem Produktivitätsprinzip vor und legt fest, dass die Prüfungsergebnisse je nach Sachverhalt nicht nur rechnerische, sondern auch wirtschaftliche, rechtliche und finanzielle Aspekte brüßt. Die getroffenen Festlegungen wurden mit dem Leiter von Poli und Bentley erörtert. Die Jahresabschlussunterlagen des Hauptvereins am 3. Juni 2012 wurden uns zur Einsichtnahme vorgelegt. Die am 20.07.2011 und 11. Januar 2012 durchgeführten unangemeldeten Kassenprüfungen in der Geschäftsstelle führten zu keinen Veranstaltungen. Den zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Buchhaltung wird eine saubere und ordentliche Kassenführung und ein geordnetes Belegwesen bestätigt. Beschlossen in der Sitzung am 14. November gezeichnet Klingowski, Gultes, Kuppi. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.